Also ich wünsche mir fast mehr als ein Gruppendate. Ganz schön fordernd. Es ist so, wirklich, ja. Aber ich habe lange gewartet jetzt da eigentlich schon. Aber es ehrt mich. Na, ich hoffe. Wirklich. Ja. Ohne Augenkontakt. Ich könnte mir gut vorstellen, mit dir ein Date zu haben. Wirklich. Ich hoffe wirklich, dass es so ist, aber ja. Ich glaube, es ist nicht. Nicht wirklich. Muss ich dir wohl zeigen. Ja. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Der hat sich gut angefühlt, der Kuss mit die Achim. Ja. Er war ganz schön nass, aber das ist nicht schlimm. Doch, ich hätte gerne ein Date mit dir. Wirklich, ja. Okay, na, ich freue mich. Kuss, du warst schön. Ich hoffe auch für ihn. Ich freue mich auf ihn. Oh, you're the one that I want. Ich glaube, der Mar. Und entlasse dich. Ich bin nicht mehr froh. Ich will gar nicht entlassen werden. Wir gehen zusammen hoch. Okay, na gut. Gerne. Wenn ich einen Vergleich ziehe zwischen Andrea und Joachim, es war aufregend, da mit Joachim im Keller, ehrlich gesagt. Muss ich schon sagen. Und mir hat... Doch, ich fand Joachim's Guss schöner. Ich bin nicht mehr froh, ich bin nicht mehr froh.